Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 2Grader. So, ich habe leider jetzt noch ein bisschen gelevelt. Ich habe jetzt gesagt, sie soll endlich mal die Taschen der Toten durchsuchen, damit sie mehr Munition und anderes Zeug findet. Und ich habe das Sturmgewehr abgegradet mit dem Laufmantel, damit das gute Ding mehr Schaden macht. So, mit all diesen neuen Upgrades und Fähigkeiten sollten wir jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser dastehen, wenn es darum geht, Feinde zu töten. Ihr wisst ja immer, wie das so läuft. So, jetzt muss ich nur den richtigen Weg finden. Ich denke, ich habe hier oben nichts zu suchen, oder? Ja, Lara. Lass doch mal los. Lass doch los, Lara! Wisst ihr, wenn man will, dass sie runterspringt, springt sie nicht runter. Das ist immer so typisch brau. So, wieder meine Braumpfeile rein. Ach, ich muss jetzt da nicht rüberspringen, oder? Moment, hier kommt es. Ne, ich glaube, ich bin hier falsch. Aber es sieht lustig aus. Ne, hier könnte ich ja gar nicht hinspringen, die Dinge. Ich glaube, ich muss da noch oben, zu diesem Ding da. Ist auch ganz lustig, dass sie das die Windmühle nennen, ja? Gut, Lara. Dann mal hoch mit dir. Ach ja, hier gibt es ja überall Gehwege von dem her. Ah! Da bin ich beinahe ausgerutscht. Wettt, dass ich jetzt wieder wild um mich ballern darf. Da kommen wir jetzt bestimmt wieder hunderte von Leuten, die unten sind. Ja, muss ja fast das sein, wenn es... Wegen den roten Fässern. Na, wunderbar. Wie ich es gewusst habe, dass es eine Falle ist. Nämlich immer alle paar Meter eine Falle hier im Truebreder. Gut. Wie genau, dass man durchziehen muss mit dem blöden Bogen, das ist der Hammer. Warum stirbt der nicht? Weil ich nicht treffe. Schön, dass das jetzt... Dass die Vorrichtung auch hier stehen bleibt. So, noch irgendwer? Irgendwo vielleicht? Ach, da kann ich die Dinger wegmachen, die Deckungen. Mit dem Seilpfeil, das ist doch toll. Nein, tötet mich nicht. Ich bin doch so ein hübsches Mädel. Nahkämpfer, ja, ist okay. Aua. Ah, schieße ich dir ins Knie, schieße ich da. Au. Epic Fail, Epic Fail. Löst dir was? Da, Käsefüße. Wie viel die aushalten würden. Da schießt du ihn eh schon mit dem... Mit dem Sturmgewehr ins Gesicht, wollte ich sagen, ja. Und sie stehen aber da. Hä? Wie der Feuerpfeil einfach mal größer ist als... als der normale Pfeil. Dass du ja nichts erwischt. Aua. Und da kommt das nächste Dynamit. Das ist nur blöde Dynamitwerfer. Warum sehe ich den nicht? Da ist er. Ups. Der Sniper wäre so praktisch. Jawohl, der explodiert wenigstens. Und aufschießen. Ihr seid so nett zu mir, wisst ihr das? Aber ihr vergesst immer, dass ich auch Schuss machen habe. Ah, wieder so ein Dynamitwerfer. Gut ein Idiot. Deckung, Lader. Ah, Dynamit. Ach du Heilige. Ja, das ist so... Das ist so... Ach komm, der kann mich... Egal welcher Position. Der wirft überall genau dahin, wo ich sitze. Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay! Das macht mir nichts, Mann. Denn ich bin aus Glasgow. Tritt sie den Abgrund runter! Nein! Nein! Grim! Auch ganz interessant. Sie ist total entsetzt, wenn einer der Freunde stirbt. Aber wenn sie andere Menschen töten, ist ihr das egal. Genau, Lara. Wir müssen einen Weg finden, um in den Palast der Solari zu kommen. Das ist viel wichtiger als alles andere. Und ich wette mit euch, dass Grim nicht tot ist. Äh, Lara. Würdest du loslassen? Danke. Okay. So. Wir haben einen Hafen, meine Bergungsgut. Mir ist gerade aufgefallen, sie hat dieses Feuerzeug, was sie gefunden hat. Und vorne am Buchen drin, da liegt der Pfeil drauf. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was ist das? Man findet immer wieder was Neues an dem Spiel. So. Nee, das war jetzt nicht der Tempel, oder? Das auch nicht? Wo hat Lara denn hier den Tempel gesehen, bitte? Spinnt die Gute? Man kann sie doch von hier aus gar nicht sehen. Hey, da ist sie! Durchschneiden! Oh, oh. Schon dabei. Du bist aber ein schlechter Schütze. Ich kann nichts machen, oder? Uh. Ich hab sie! Oder nicht? Scheiße! Jawoll! Ich geb dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh. Gott sei Dank. Der nächste ist ein guter Mensch. Roth! Ja? Grim ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grim, du. Sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein. Sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn die hier weg sind. Ja. Ich versuche, näher heranzukommen. Kannst du mir noch mein Deck umgeben? Wie der guten Lader immer alles leid tut. Das tut mir so leid, dass Person XY gestorben ist. Der N-888 RC nähert sich vom Fracht der Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich. Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Ross. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Ross. Ich hab Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Mir ist gerade aufgefallen, dass Lara nicht mal die Lippen bewegt und sie spricht. Aber okay, ich will mal nicht so sein. Ist ja halt eine super Bauchrednerin. Ach ja, hier sieht was cool aus. Da oben ist der Tempel. Wir hätten, dass die Brücke gleich einstürzt. Die sieht schon so morsch aus. Ich möchte da am liebsten gar nicht drüber gehen. Aber man tut, was man kann. Ich hoffe, Ross gibt mir wirklich Deckung. Blaue Regentonne. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Tschüss. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig. Aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge. Ich decke dich den ganzen Weg. Ähm, Ross? Ich dachte, du bist ein Freund von Lara. Ja, ich dachte, du bist die Art von alter Mannfreund, wo man sagen kann, ja, sie ist die Tochter für dich. Du merkst jetzt nur, dass es ihr gut geht, ja. Und dann schickst du sie, willst du sie unter der Brücke durchschicken, was eigentlich schon fast ein Todesurteil ist. So nach dem Motto, ey, Lara, geh unten lang und dann stirbst du sowieso. Bist du nur für einer? Droth, so macht man das aber nicht. Moment, geht's hier nicht weiter? Oder bin ich blind? Wenn ich auf Tischen rumspringen, das kann ich, aber... Hä? Ach, hier. Man beachtet die weiße Farbe. Natürlich. So haben sie eh schon Hinweise ausgelegt und ich seh's immer noch nicht. Ach, ja, hier, genau, da würde ich in echt auch noch drüber springen, weil ich bin da wahnsinnig. Lara, ich habe sie im Visier. Es geht los. Es gibt dein Bestes. Uh, uh, uh. Dann schieß mal, Roth. Während ich hier mal... meinen Spaßpark habe, ja. Roth, der Teufel ist auch in uns. Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Als nächstes kommt sie weg zu. Vater Matthäus schickt uns zu den Unis, in der sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden... Das ist... Ah, Roth, bring mich um. Genau. Der liebe Nötchen Onkel. Das war echt knapp. Uah. Ich hoffe, dass er mich nicht abballert, so aus Versehen. Halt dich bewegen. Sie sehen dich. Warte. Hu, hu, hu. Ja, dann schieß doch mal schneller. Bye, bye. Halt, warte. Hab ihm das. Halt, warte, warte. Ja, ja, ich warte ja eh. Schieß doch. Ihr könnt Lara auch geschließen mit der Pistole. Danke für die Deckung. Der Weg müsste frei sein. Jawohl. Ah, 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 ah. Nein, 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 nein. Wir fallen jetzt nicht runter, ne? Alter Schwede. Lara, es sind zu viele. Verschmitte von dort. Kipp mir halt Deckung, oder? Ei, 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 ei. Boah, hier geht's zu. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das in echt schaffen würde. Da geht mein Rückweg dahin. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hole sie, Roth. Und ich komme zurück. Natürlich bin ich nicht sicher, Roth. Ersprochen. Von der Haufen weiße Banditen unterwegs. Was ist denn das für eine Frage? Mann, wie achtet die gezahllosen Skelette. Tja, Lara. Da ist das Wasser ein bisschen tiefer, ne? Ja, du schaffst das schon. Mach mir da jetzt keine Sorgen, dass du up-servst oder so. Oh, die Fackel ist doch ein bisschen auffällig, oder? Was zum Teufel? Schuh, Rotte. Eigentlich wollte ich an den Bogen. Danke. Das ist nämlich leiseres Tötungswerkzeug. Das ist eine Pistole. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Kaverneneingang. Retten sie die gefangene Crew der Endurance. Das versuche ich schon seit... Folge 1, eigentlich, ja? Die Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe erst links. Das sieht nämlich so aus, als würde es hier nicht weitergehen. Was ist denn das? Zwiebelstrahl, oder was? Nein, es war irgendwas anders. Sie sahen aber aus wie Zwiebeln. Wäre es nicht interessanter, wenn du schleichen würdest, oder? Stimmen. Wir sind nicht allein. Meine Brüder, hört mich an. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier, hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnten der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprengt jetzt zu uns. Und jetzt tötet ich dich. Das ist für Blut, wie wir da feiern. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht. Aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder. Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen. Sprengt uns, Himiko. Sam! Sam! Nein, nein, nein! Nein! Sam, es tut mir so leid. Sieh mich an. Sieh mich nur an, okay? Nein! Sieh, sieh ist die Reine! Schon bald, meine Brüder! Bald sind wir frei! Bringt sie in den Thron, Sam. Dein Kampf ist vorbei. Ich seh keine Leichen. Der Sturz wird sie nicht überlebt haben. Wir prüfen lassen. Steigen wir runter. Oh, ich habe ein Modell freigeschaltet. Ja, Wahnsinn, Lara. Das war eine ziemlich dumme Aktion, was du da gemacht hast. Aber gut, liebe Leute, ich mache jetzt hier mal den Cut und sage mal, in der nächsten Folge geht es weiter mit der blutverschmerten Lara Croft, hier bei Tomb Raider. Stay tuned and so long. und bitte mit ihm zu damals geht es weiter. Vielen Dank.